Shaldi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero. Ach, das wollte ich nicht drücken. Daumen. Wir speichern einfach. Ich würde einfach mal die ganze Zeit, das hier so ein bisschen. A-humping, a-humping, a-humping. Die Party war vor ein paar Tagen, war das. Oh, Entschuldigung. Wir konnten die ungläubigen Kajar mir die Känze schließen. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt. Die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kennst den so Leid. Bist du Maria? Wahl sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Du bist meine Heldin. Die Kajar hauptstatt. Meridian. Die Westen ist die Richtung. Aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Können sie sagen. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kajar vor, das den Weg von Ost nach West bewacht. Ach so. Das heißt, die Kajar haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ja. Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Wie schnell sie es gesagt hat. Ich bin gut am Bogen. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Merkt er euch. Ja. Feuer scheint ihnen die Verderbnis zu spielen. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten sie. Willst du meine Mutter wahren, Ruhe? Ich muss jetzt los. Echt? Pass jetzt nicht nicht. Fühlt ihre Absicht zu und erhalten echt geil. Ich muss jetzt los. Marea. 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 Willst du die Nebenquests vielleicht noch annehmen, die hier oben liegen? Achso. Ich kriege die Nebenquests. Das Tal ist abgeregert. Die Maschinen sehen die mal, ne? Wir haben auch einige, glaube ich, Nebenquests, die wir nur noch abgeben müssen. Ist das eh hier? Aber ich glaube, hier ist keins. Ne, die ist abgeschlossen. Die hast du schon bekommen. Okay, dann haben wir keine mehr. Aufträge haben wir noch. Achso. Ja, das ist ja Jagdglück. Das kannst du ja mal drauf gucken, dort hat's ja mal sowas, was man so finden, die vom nächsten Krieger. Ah, das kann vielleicht das nochmal jetzt am nächsten Krieger finden. Den Ring finden. Das ist ein komischen Ring. Wo liegt denn der? Zona 33, das könnten wir mal noch holen. Das machen wir noch, bevor wir jetzt mit der Hauptquests weitermachen. Ich frage euch, die kannst du da mal noch mitnehmen, wenn du, das stöhnt sich halt auch nicht mehr so groß. Ja, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. Kriegsharen Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora nach einem Angriff des Metallteufels trotzenwein, muss unsere Abwehr stark sein. Da hast du recht. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsharen. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Aria-Linsen sind vielseitig nutzbar. Ich hab jetzt Kühlsaft. Gut. Und da muss man die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Ja, komm her. Die hab ich auch. Ich hab eine Lanzenhornlinse. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Arnsturm im Süden. Wenn wir einfach schon zwei Drittel von der Kerstin abgeschossen haben. Einfach so. Wir sind's gut. Aber jetzt geht's mal aus zu Dinosring. Genau, so ist meine ich. Aber wirklich, sind alle hier. Also die... Aber... Ich mein, bauen kann man's nur im... Im Dingmenü nicht. Sieht so aus. Aber cool. Oh, jetzt haben wir gar nicht so möglich vorher, dass das geht. Nee, wie so oft bei uns. Warst? Welch Anmasung und Anmutung. Du maßerst mich an. Sehr nützlich. Ist ein Problem. Oder nicht. Okay. Yeah. Zip it down. Zip it down like you wanna be... Zip. Zip. Sipity zip 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 Zip. You gotta gather with me friend. Achtung ein. Wechtern. Wechtern. erster Treffer das nehme ich für unterwegs mit so hier muss irgendwo das ich bin schwierig die spuren auseinander zu halten aber das hier war und ein wildschwein und irgendein ja vielleicht hat er sich achtung er sieht sich nicht markiert ein starkes Wohl immerhin mal sehen ja das ist Times Ring nicht 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 Die Quests haben wir ja schnell gelöst. Also das bringen wir nachher hin, würde ich sagen, weil es da mal die einen noch machen kann. Mit den Vermissten, oder? Ich denke mal, dass das eine gute Idee ist. Und du hast da jetzt noch einen Lanzen gemacht. Nee, die ist noch markiert. Ach, das war die. Ich weiß nicht, also das Lanzen war ja ein bisschen näher dran, aber das musst du jetzt wissen, was du möchtest. Du kannst auch gerne die Krieger suchen. Schauen wir mal, wie lange das braucht. Vielleicht mache ich auch beides. Ich weiß nicht. Also wenn wir da zwei angehen. Ja, weil du musst einmal die Pfeile wegkriegen und dann so einen Lanzen runterkriegen. Und dann kannst du sie strahlen über den Berg runterkriegen. So, dann hier runterkriegen. Ja. So, dann hier runterkriegen. Ja. Und dann hier runterkriegen. Ja, das ist ja praktisch. Das ist gar nicht praktisch. Nee, weil du... Das ist ja praktisch. Das ist gar nicht praktisch. Nee, weil du... Ja, aber vorher noch checken. Was mir gerade die Idee gebracht hat. Da denk ich noch nicht dran. Das ist sicher nicht verkehrt. Das Kuro macht ja mit einem kleinen Pako dran, der Kuro. Das nehm ich lieber mit. Besser ist das. Ich glaube die werden ja besser still gewesen sein. Wir hoffen es doch. Ja. Toll ist die. Was ist denn da? Die Verderbnis klebt an den Maschinen wie zäher Honig. Ist das das gleiche Ding wo wir vorher waren? Ja. Ja. Ist das der Typ nicht Eten? Kann man das glauben? Gucken wir mal. Ja. Ich werde es mir merken. Ich werde es mir merken. Ja. den du suchst nein sagte dies hier wird dir glück bringen junger und mit glück bist du eines tages krieger kein jagdglück da draußen müsste es genug eber geben für vier heute war die jagd erfolgreich was braucht du noch mal für das dorf eber heute für mich selbst den ring den ich bei der jagd verlor aber hüte dich vor der maschine man die verkauft ist das ist die zungen doch viel von vier meine so wahrscheinlich schon hart ist gemeint hat nicht dass ich die beiden kraft mit benutzen nicht aber ist ja wahrscheinlich mit verkraftet scheiße ja ich bin nur gewundert warum immer es gleich laut sie sind verrückt geworden sie sind alle verrückt die ungläubigen kartschen schnie hier draußen wird es nicht wärmer schnitzel 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 und wenn man jetzt erst du wirst mir sicher noch nützlich sein schnitzel 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 ich will das Eis keine Wasser sprengt noch eine wird können Brotstoffe oder Fallen oder Teileflüsse da ist der Spur wo siehst du das Spur? das ist Spur und Schmäh auf drüben du lügst doch das ist genau zwischen den zwei ja, ja, ja mal gucken, da hat noch Fischi dabei Fischi McFishens bestimmt, liebe immer drauf zu halten immer drauf halten ja, ja 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, der Kante. Links. Das geht ab. Du bist Ornn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin nicht für diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Naja. 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 Das musst du erst für wissen. Aber... Pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Naja. 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 Zegi. Sägibop. Nnnnnnnnn.. Alter. Ich bin elegant weggerutscht. Hörst du das? Elegant weggerutschen, weil ich das gar nicht überhaupt brauchen kann? Ja, das geht. Ja, das geht. Ja, das geht. Ja, das geht. Geht's aber drücken, aber drücken. Ja. Wir schaffen das. Ja, klar kannst du noch reifen. Ja, klar kannst du noch reifen. Aber ich nenne es nicht. Ja, das ist deiner jetzt, aber der greift nicht. Ja, der greift nicht. Kannst nicht alle reifen einfach. So ist er doch nicht. Ich muss auch momentan den auf meiner Seite haben. Kann ich da gemütlich looten. Entschuldigung. Geschafft. Ja, aber dann können wir die eine noch machen, oder? Ja, ganz schön. Wie seht ihr das? Wie sieht das noch aus? 135. Ist das eine Schnellreise, die da irgendwie in der Liege? Gucken wir mal, wie wir jetzt ein Schnellreise-Paket haben. Ja. Also, ich hab gedacht, das braucht vier jetzt. Nee. Ach, das kostet. Das kostet, ey. Das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Finde ich gut. Das kostet Kraft. Klingt krass. Wo bist du Krieger, ey? Hier gab es einen Kampf, aber wer hat gewonnen? Und da suche er den Kadaver. Den Kadaver. Die Maschinensporen führen in die Ruine, ebenso wie Menschensporen. Hm, vielleicht hat noch jemand gebraucht. Hm, etwas Vorrat. Besser als etwas Unrat. Au. Kein Kommentar. Nee. Er ist ja so... Stell dir vor, du sammelst hier Unrat ein. Was bringt dann das? Nix. Erledigen. Sie sind ja nicht bei Vorrat. Sie sind ja nicht bei Vorrat. Sie sind ja nicht bei Vorrat. Sie sind! Sie sind ja nicht bei Vorrat. Das ist die Aufgabe. Ist doch jemand da? Ja. Hier unten. Feuer. Shit. Nichts. Alter. Was ist der Geest hochgegangen? Nee. hey, 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 hey oh, der rechts im Schroppgang Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich hab' mich ab. Alter, innen ist es. Mit dem Schorn hast du echt gut drauf. Das ist ja hilfreich. Das Ding ist, die Aufgabe heißt... Nee, die... Ja, ist mir auch grad aufgefallen. Ja, aber so kannst du nicht, aber... Schießt mit Feuer unten drauf. Und der ist mit dem Feuer einfach anfüllt. Ja, das ist mir auch grad aufgefallen. Ich komm' hier raus. Wie er geschaut hat. Na, er wird aber eh wieder fest. Jaja, das ist besser. Alter, wie er hat das Geld. Jetzt ist der Sägezahn gar nicht mehr so schwer, ne? Nee, der geht schon jetzt. Wenn man so weiß, wen man am meisten nimmt. Der Pörscher ist für dich wesentlich schlimm. Ja, der ist hart. Kümmert euch einfach um eure Sägezahn. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Dan, der Mann. Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Ja. Dein Bündel ab. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Zumindest der Mann unten liegt. Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Dann wird wieder drum herum erzählt. Was das? Euch helfe ich sicher. Wieder. Wenn's ne Quest ist. Hallo dann. Schauen Sie mal das bitte nicht so was. Nicht zur Unsinn. Ich bin nicht hier immer so ausgestoßen. Die sind beide in Mutterkrone. Ja. Machen wir das zusammen. Das machen wir mit dem Schnellreise normaler. Perfekt. Auf Lagerfeuer geht es, oder? Ja. Und wie bekommt man die Schnellreise Dinger? Die findet man. Die findet man. Die findet man auch immer als Belohnung bei Quest. Mhm. Oder manchmal zumindest. Tolle Folge, die Hälfte nur Ladebildschirm. Ist doch geil. Ja. Wenn dich selber reinholt, bist du überall, aber besonders dicht an Flussbetten. Diesen Tipp, den hätten wir sonst nie. Die. Die haben oder nicht die haben da? Die haben da. Ja. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, 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 danke. Oh, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Doch. Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Buße. Das stimmt. Buße. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Neugierde ist für Träume. Nicht zu schließen, während sich die Vergate... Eine verdobene Zona hast du auch dabei gewaltt. Ne. Kann ich jetzt fragen? Ja. Ach, sie hat das. Die Zona ist okay. Yes. Die Grenze ist geschlossen. Aber das wird die Verderbnisse nicht aufhalten. So. So. Dann haben wir ja doch immer ein bisschen was abgearbeitet. Ich denke, hau. Ach. Ich denke, hau. Ach. Wer das ist? Die Ausgeschlossene. Sie hat das also überlebt. So. Na. Nö. 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 Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Hm. Etwas düsterer Vergleich. Ne, das schon okay. Hib. 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 Da hände sie ruhig auch nicht reinbekauen können. Ne. Die sind so sportlich. Die wollen das so. Also. Susanna. 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 Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, kein Ding. Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Hm, das kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. Waschbärhaut. Haben sie dir geschenkt? Oder hast du ihr geklaut einfach? Ich hab ihr einfach geklaut, wenn ihr müsstet. Na schon. Danke. Den wir überhaupt nicht brauchen. Ah, wir gehen nicht mehr. Alter, was? Hast du gesehen, was man da braucht? Ich schaff schon jetzt einen Bogenkrieg. Super geil. Keine Ahnung. Vor allem Knochen sind schon selten, ne? Wann kriegen wir denn da mal Haut? Das ist fisch. Krätschen. 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 Keine Ahnung. Krätschen. Krätschen. Da kann ich es nicht mehr mal zeigen. Sparen dein Gehirn. Wobei, die Kampfüberbrückung hat die Zeit, die eine Maschine überbrückt, ist um 50%. Und wir können es jetzt sehen. Ach schade, es ist ein wenig anscheinend. Ich wusste es nicht mehr selbst suchen. Aber ich werde auch sparen. Gut. Und aufs Klo. Danke. Beischauen müssen wir noch. Ja, bei dir noch. Wir sind so den schönen Sonnenuntergang. Direkt ins Auge. Oh, perfekt. Kurze Kamerafahrt. Es war 1989. Wir sind die Idylle aufsaugen. Schnee im Sommer. Der Nebel zog über das Land. Plötzlich. Ein heller... Nee, wie ging's? Ein grännes Licht am Himmel. Ein Meteorit macht es nicht auf den Weg zu Erde. He! 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 Vor allem runter, wenns so gekonnen... Alles klar! Merkel Williams zu dir! Alter! He! 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 also das ist mit dem Titel ist auch überlegt mit dem ich bin ich habe sie umgebracht um da das war der Fall er mit der langen Aufnahmeselchen werden wie sie jetzt auf mich da Aber wir haben genug Material. Wenn ihr die Folge jetzt schaut, nehmt ihr euch schon wieder auf. Das ist unser Material. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den Folgen. Weil das ist die erste, die wir hochladen. Wir laden Rückert so. Okay. Macht's gut. Haut rein, ne? See ya.